oh ich glaube wir kriegen besuch guten tag ach da ist noch eine truhe oder ich muss noch pokémon fangen kein problem nice danke gar kein problem mach ruhig ist glumandert okay gut so wissen guck mal ich schwebe und damit einen flotten guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft skybox auf dem main source punkte netz server ich glaube hier auch gott hat das mich gerade erschrocken ist was runter geflogen ist wie jemand direkt in die mitte aber dort wird sich wahrscheinlich schon wieder jemand gedacht habe ich habe eine ender perle und deswegen hole ich mir einfach den ganzen lud sieht bis jetzt noch nicht so aus online internet bitte macht keine faxen nein ich glaube ich sollte mit dem fast bridge aufhören und auch gewagter sprung aber geschafft so ich hoffe mal hier hat keiner ein feuerzeug sonst wird sie ein bisschen brenzlig wortwörtlich hallo hallo ist jemand zu hause ich hoffe mal nicht danke 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 nämlich so schutz 1 schutz 2 das nehme ich mal so und das auch hier ist noch was was haben wir hier so ja kaum nehmen wir doch alles mit man gönnt sich ja sonst nichts was ich glaube wir kriegen besuch guten tag na nein 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 bleib hier ach gott komm wieder her werden der mir jetzt entwischt wir auch hier ist ja noch eine kiste ja super da hat er mich zur lava geführt genau das habe ich gerade gebraucht nämlich zum verbrennen der sachen das braucht ihr hier denke ich mal niemand mehr oder hat sich niemand gemeldet damit ist die sache klar und deutlich wird das gerade wieder aufgesammelt ich bin mir da richtig sicher weil es hier manchmal ein bisschen verbuggt ist aber ist ja egal das wollte ja eh niemand haben man hätte sich ja melden können aber wer nicht will der hat schon würde ich mal behaupten so das haben wir hier alles schön sauber gemacht hier bin ich nicht runter gegangen hat der typ hier aufgemacht das nehme ich mit aber ich finde schön dass hier so viel recycelt wird dafür stehe ich mit meinem namen hallo woher nein ich habe gar keine dia aber ich habe schutz 3 das ist schon mal gut aber habe ich keine dia aber moment mal ich habe gibt es ja ein zaubertisch muss doch sich ein zaubertisch geben und mal dann machen wir jetzt schnell so zack die nehmen wir uns mal ohne angel die können wir glaube ich gut gebrauchen moin meister hier warum liegt hier stroh egal darum kümmern wir uns später ach da ist noch eine truhe so wir machen den assi move oh ja okay das war zwar sie von mir aber ich sag mal so so ist das leben ich sehe du hast sehr viel spaß tut mir leid dass ich dir den spaß jetzt nehmen muss aber ich will hier heute auch noch fertig werden nach wen sind kommst du runter das ist eine ehrenvolle aktion das wirklich ehre guten tag na wie geht es ihnen heute sie haben glaube ich eine kaputte kiste sollte man sich mal ansehen so bruder ich muss noch pokémon fangen kein problem kannst ruhig machen ich habe zeit fangen ruhig doch paar pokémon fliegen doch bestimmt gibt es paar pokémon sie in der luft fliegen kann ich verstehen nice danke gar kein problem mache ich auch hier unten geht auch hier und gibt ja noch eine kiste ja das weiß ich dann fürs nächste mal ist gloomandat okay gut zu wissen ja danke für auf jeden fall die für die information gloomandatag ich habe überhaupt keine ahnung von pokémon ich habe nie pokémon gespielt ich habe kein einziges pokémon spiel nicht auf dem ds oder auf meinem handy ich weiß nicht was daran so schön ist aber naja da haben viele scheinchen spaß dran wie der typ da oh schick guck mal ich mache einen floss dance boah ich bin ein fortnite og player cool wie ich keine ahnung von pokémon sache ach das ist lustig moment haben wir gleich machen wir den asimo tschüss oha ich habe ein pokémon getötet bin ich krass bin ich krass bitte sag's mir bitte sag's mir oh erz ihr wollt es mir nicht sagen na guten tag sehr geehrter fröschi na wie haben wir es denn heute so na gut ich komme mal zu dir rüber ist bisschen unhöflich über die distanz hier zu äh sprechen ach denn der kommt sogar zu mir ja dann warte ich hier drüben in der zwischenzeit so kann ich noch ein bisschen inventar sortieren ein bisschen was zum essen lecker ich mache dir mal hier bissel platz damit er auch platz zum runterspringen hat damit ich ihn ja nicht natürlich gleich runter und würde was ihm natürlich nicht machen würde ja ich glaube ich gehe mal runter hallo na kommst du runter auch du bist ja süß mit deinem eisenschwert was brauchst du dich denn jetzt so hoch was keine angst von mir zu haben wir machen es schnell ne 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 oh god da kommt jemand da kommt ein abstauber da kommen abstauber so ne frechheit na komm her was was willst du denn für ein frecher wir sind hier hey internet So ne Frechheit Wo ist der jetzt? Da ist der Wend mal Den schnapp ich mir So Da ist er Nein Tschüss So ne Frechheit Also Abstauben ist hier aber nicht So, dankeschön Der hat nen Bogen Hat ich die Pfeile bekommen? Natürlich nicht Ach so ne Rotze Ja Sieben das Hat der wenigstens was schönes Der hat auch nur Müll gehabt Na gut So Dann Kommen wir nochmal Auf dich zurück Hallo Na Du wirst doch sicher sterben Oh nein Oh Ja Äh Das war mir ein bisschen traurig Aber auch lustig Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst eine positive Bewertung da Ansonst würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Video Hau rein Und tschau Leute Auf Wiedersehen 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 Bis zum nächsten Mal.